Herzlich Willkommen im Bundesverkehrsministerium. Mein Name ist Andreas Scheuer. Jetzt im Ernst? Spreche ich wirklich mit Andreas Scheuer persönlich? Jawoll! An die wichtigen Aufgaben lassen, die Sie auch nicht mehr rangehen? Ja, ich habe Telefondienst, weil mir das wichtig ist. Ja, stimmt. Ja, weil Ihnen das wichtig ist, klar. Da müssen wir beide lachen. Also, warum ich anrufe? Sie sind ja jetzt seit drei, fast vier Jahren Bundesverkehrsminister. Ja. Und jeder andere hätte den Job besser gemacht als Sie. Ja. Sie haben unfassbar viel Steuergeld aus dem Fenster geschmissen. Richtig. Deswegen mein Anliegen. Darf ich Ihnen die eine, alles entscheidende Frage stellen? Ja. Lieber Andreas Scheuer, können Sie bitte als Bundesverkehrsminister zurücktreten?